Tana Sketch, entschuldigen Sie, woher kennen wir uns? Wissen Sie nicht mehr? Damals. 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 In Vietnam. Das Ding ist, ich weiß es nicht mehr. In Vietnam, als wir die fette Koks-Party hatten, Mann. Ach, die. Ja, normal, normal. Ja, genau da. Wo auch ich deine Mutter herkenne. Ach ja, stimmt. Bei der Fenden-Augie da. Ja, genau, stimmt. Entschuldigung. Wer sind Sie denn jetzt? Was geht denn jetzt ab? Ja.